Ja hallo, ich bin der Oben aus Martin, ich bin Winzer aus Glaubendorf. Und warum trockne ich mit dem Herbert, dem Trockner und nicht mit etwas anderem? Das ist ganz einfach, weil die Produkte einfach die hohe Qualität mit dem Herbert erhalten können, weil wir einfach nicht so heiß trocknen. Und dadurch, wie es bei mir wichtig ist mit den Kräutern, bleiben alle ätherischen Nöhlen und alles drinnen und es verdampft nichts. Und ich kann wirklich meine super coolen Komposttees machen mit bester Qualität. Genauso ist es mit dem Obst oder mit anderen Gewürzen. Und du hast einfach wirklich das perfekte Ergebnis dadurch.